Das ist das Leitbild der Kanzlei des Hessischen Landtags. Von uns, für uns. Teamgefühl. Wir respektieren Unterschiede und fördern Vielfalt. Wir achten auf die Bedürfnisse aller. Wir meistern unsere Aufgaben gemeinsam. Wir stellen uns bereitwillig neuen Herausforderungen. Wir stehen füreinander ein. Wir öffnen Räume für gemeinsame Aktivitäten. Wir übernehmen Verantwortung für unseren Beitrag zum gemeinsamen Erfolg. Vertrauen bildet die Basis unseres Handelns. Aufgaben erledigen wir sorgfältig und zuverlässig. Wir finden neue Lösungsansätze, indem wir über den Tellerrand schauen. Mit zeitnahem Feedback und Engagement schaffen wir starke Arbeitsbeziehungen. Kommunikation. Wir sind ansprechbar und nehmen uns Zeit für Gespräche. Wir fragen nach und hören einander aktiv zu. Wir suchen den offenen und ehrlichen Austausch. Wir informieren über die Hintergründe von Entscheidungen. Wir nehmen Fort- und Weiterbildungsangebote wahr. Unsere Kommunikation schließt alle ein. Wertschätzung. Wir leisten einen wichtigen Service für den Hessischen Landtag. Wir arbeiten gerne zusammen und unterstützen uns. Wir sind stolz auf unsere Arbeit und geben einander positive Rückmeldungen. Respekt und Höflichkeit sind für uns hierarchielos. Wir nehmen Rücksicht und pflegen Achtsamkeit. Erfolg und Anerkennung gestehen wir uns gegenseitig zu. Konfliktkultur. Durch ein wertschätzendes Miteinander beugen wir Konflikten vor. Wir akzeptieren andere Meinungen. Wir sprechen Probleme rechtzeitig an. Wir klären Unstimmigkeiten im direkten Gespräch. Wir setzen die gemeinsam gefundene Lösung konsequent um. Konstruktive Kritik sehen wir als Chance, uns weiterzuentwickeln. Das sind unsere Werte. Wir leben sie. Herausgegeben von der Kanzlei des Hessischen Landtags. Redaktion, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kanzlei des Hessischen Landtags und Orange Consulting. Redaktion, Mitarbeiter der Kanzlei des Hessischen Landtags.